Schätzchen. Ich würde die Garage aufmachen. Dann sag doch irgendwas. Habe ich doch gerade gesagt gehabt. Ich muss... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Mama auch! Oh mein Gott! Müssen noch ein, zwei Kleinigkeiten gemacht werden, verändert werden. Das bedeutet, dein Rücklicht muss wieder an seine Stelle. Die Bremsen hinten haben wir noch Probleme. Das geht jetzt laut, oder? Mach an! Schlüssel steckt. Gang ist draußen. Sonst geht er nicht an. Größe? Ja, passend aber. Nein, hat keinen Kickstarter. Hat nur noch... Gas geben dabei. Ja. Geht mit der Schienhahn an oder sowas? Ja, jetzt. 125er. Ja. Oh mein Gott! Ist die fit? Ist die fit? Wie ich gesagt habe, so ein kleines Ding ist das. Aber die hat richtig Power. Oh, danke! Freust du dich denn? Ja, ne? Kannst du mal ein Video machen, wie ich dich starte? Ja, natürlich. Warte.